und damit ich habe mich verschluckt oh mein gott vielleicht sollte ich einen cut machen so alles ungeschnitten herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play was war was 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 wieso was 3 4 nee lass mich mal in ruhe lass mich mal in ruhe so nicht let's play sondern let's enjoy grow home ich weiß gar nicht wo wir stehen geblieben sind ehrlich gesagt aber ich glaube da hinten waren ja da hinten ist eine insel genau naja da oben ist auch noch eine da ganz oben auch aber da wollen wir ja noch nicht hin so wir schnappen uns jetzt erstmal eine pflanze aber wir haben noch einer mit zwei blättern das ist nicht so gut dann nehmen wir mal hier eine paar drei übrigens ja und für die die jetzt neu zu dem quer zu dem fallout ip dazugekommen sind herzlichen herzlichen glückwunsch genau herzlich willkommen zu meinem kanal natürlich wäre ich das bevor habe ich das bevor und wahrscheinlich auch schon gesagt und dass mir jetzt gerade so auffällt unsere beine sind nicht miteinander verbunden ich weiß das ist jetzt total wichtig zu sagen aber ich finde ich finde dass der sich mal festhalten kann ja nein dass das mal gesagt werden muss so sollten wir den hier nehmen denn ich würde mal sagen wir gehen wir da hinten hin ja komm wir haben noch stimmt ja wir haben ein jetpack was ich alles schon vergessen habt aber habe ich gerade mal zwei wochen nicht gespielt okay gut das ist eine lange zeit eigentlich so immer mal die knospe hier da geht es weiter so ich setze mich ein bisschen weiter weg vom controller weil man hört ja doch schon einiges beim controller das ist ja schon so ein bisschen nervig so jetzt geht's los und docking extrem ich hoffe der kompiste hinten hin sieht nämlich nicht so aus irgendwie war obwohl 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 doch 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 jawohl ich bin in der pflanze oh gott er war das grad knapp ich habe fast wieder drauf gegangen ja ich weiß es habe jetzt vier davon ist schön ist alles in ordnung spiel es ist ja auch hoi joioioiojuan okay gut also komme ich weiter wieder auf mein controller gerade kann man irgendwas umstellen steuerung nach links gerade ach so das geht auch mit den tasten hier und das ist natürlich besser ok was war das gerade läuft gerade ein bisschen komisch wer das hier rauskommt nein es war scheiß drauf du machst das wirklich gut gut gemacht ja dankeschön selbstmord ist meine spezialität nein wir wollten eigentlich weil da oben ist doch bestimmt noch da hinten da ist ein kristall ich habe so ich wusste es ich wusste es ich wusste dass da ein kristall ist sonst macht die anlegestelle auch gar keinen sinn wirklich so mal gucken ob wir da jetzt sicher ankommen weil wir wollen ja alle kristalle haben eigentlich sonst endet das sonst beendet das enjoy projekt hier nicht weil ich habe nicht so viele enjoy spiel ich weiß ja noch nicht was november rausgekommen ist kommt den einsteigen den können wir leute läuft jetzt damit so rum das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus vor allem weil der in der ranke läuft kumpel vielleicht solltest du mal mit den füßen da runter gehen alter okay komm ja komm jawohl aber ich glaube jetzt noch eine ich habe so das dumpfe gefühl als wenn ihr noch eine wäre obwohl das würde zum spiel nicht so passen dass die hier auf so einer kleinen insel meere verstecken würden ne sieht auch nicht danach aus na gut okay dann gebe ich mich mal geschlagen und werde weiter nach oben gehen es sieht schon cool aus ne also aber so viel scheint jetzt auch nicht mehr zu kommen ehrlich gesagt oder also es sieht nicht mehr nach viel aus ich meine wir haben jetzt auch schon fast 50 prozent das heißt der nächste part oder übernächste part könnte schon das ende bedeuten wenn ich mich jetzt nicht ganz blöd hier anstelle was jetzt aber gerade momentan der fall ist alter das ist so geil ne und noch höher es hat schon was es hat schon was und jetzt ach da ist auch noch eine da ist ja auch noch eine insel ach du scheiße da ist noch eine insel und wo noch da oben irgendwo war ja da oben dann würde ich mal sagen gehen wir erstmal die insel da hinten machen ach du scheiße ich befehle zu schnell befehle zu schnell oh mein gott ja kein problem sterben hier ne 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 das soll nicht so sein aber klar es müssen ja nur noch zwei inseln sein weil wir haben ja noch zwei ranken übrig sag mal wieso hältst du dich nicht boah ne den lasse ich jetzt auch unten klatschen ich trinke mal so lange was also nicht wundern das muss schon echt wehtun ne auf den kaktus sei einfach ein bisschen vorsichtiger ja sorry wenn der sich daran nicht festhält kann ich da nichts ändern hatte gerade was okay hat der einen epileptischen anfall also irgendwie ist das ja nicht so gesund was der hier macht aber okay so du okay dann nicht ich wollte das ding eigentlich runter werfen aber es geht irgendwie nicht ja und wie man vielleicht an meinem dialekt erkennt erkennen sollte falls ihr das nicht schon in fallout getan habt ich bin berliner ja ja das bin ich und zwar von anfang an schon bin ich irgendwie erst hierher gezogen sondern ich war schon von anfang an berliner und jetzt festklammern bitte danke wenn das mal nicht anschartet reifes popcorn vergnügen gerade war dieser fall so lassen wir den stengel hier ausfahren so ist es brav und jetzt komme ich das ding zu lenken ist ganz schön nervig weil der einfach nicht gerade bleiben will der muss sich immer irgendwie biegen und riegen aber ich habe es geschafft noch einer und das wäre die dann da oben dann können wir schon ins dritte gebiet und ich glaube es gibt nur so vier ich weiß es nicht auf jeden fall ist das nächste gebiet riesig wie man sieht also da werden wir doch eine einige zeit was ich da schon sehe an kristallen da ist einer da oben da im wasserfall da alter das ist ja schon gar kein spiel mehr das ist ja einfach nur exploration hoch 10 aber okay wem es gefällt meinetwegen mir gefällt es nicht immer ganz so sehr aber da das sich hier noch so ein bisschen oh Gott in grenzen hält weil man ja noch ein bisschen was sammeln muss und ein bisschen so ja immer noch geschicklichkeit beweisen muss ist das nicht ganz so schlimm als reines exploration das ist nämlich nicht ganz so mein fall muss ich ja doch ehrlich gestehen wui alter wenn dat mal nicht hoch ist ne so müssen wir da lang da hinten ach du kacke ich habe noch vier blätter es war schön dich gekannt zu haben Roboter aber boah hat das noch geschafft durch mein jetpack wow okay das war cool muss ich ja zugeben ach wenn das video hier draußen ne warte mal wenn das video hier draußen ist dann ist Fallout noch gar nicht da ich idiot haha haha ich bin ein bisschen doof gerade wenn das video draußen ist dann ist es ja quasi ein bis zwei tage vor release von Fallout also bevor das erste video kommt meine ich ich bin so ein dödel ne ich rede hier schon die ganze zeit ja für die die mich noch nicht kennen na ok vielleicht seid ihr ja auch durch battlefield 4 hergekommen das kann ja auch sein bei battlefield 4 ist ja das neue battlespiel mit black ops 3 zusammen von daher kann das ja auch sein falls welche durch battlefield hergekommen sind durch die neue map night operations oder durch die andere neue map die ich später zeigen werde hast du diesen wasserfall gesehen außergewöhnlich ja den habe ich schon vorhin gesehen und das ist echt nicht ohne denn das sieht nicht gerade leicht aus hoch zu kommen und ich glaube auf dieser insel finden wir unseren 50sten und haben somit dann bisher alle weil die hälfte passt eigentlich ganz gut das wäre jetzt nur komisch wenn ich da jetzt eine 51 habe oder so also ich glaube dass hier auf der insel wird dann unser 50stes kristall ding zu finden sein und danach bauen wir noch 15 dann sind wir auch schon fertig gibt es denn überhaupt eins bestimmt oder buah ii das geräusch buah ist ja widerwärtig so richtiges schmatzen also so leichtes schmatzen halt also hier ist irgendwie nichts sag mal kann doch nicht sein hier muss doch einer sein ihr könnt mir nicht sagen dass ich jetzt zu den wasser zu den wasserfällen hochgehen soll obwohl ich nur 49 habe und nicht 50 habe ich irgendwann übersehen da habe ich mich doch immer gut umgeguckt Freunde ihr könnt mir jetzt hier nicht nichts da lassen das geht einfach nicht das ist unter aller Sau aber warte mal ich habe eine andere Idee man kann ja auch so machen ha ich bin so doof ja wenn man das schon eine Weile nicht mehr gespielt hat dann vergisst man solche kleinen Sachen obwohl es ja eher was großes ist nö hier ist echt kein Kristall wow wollen die mir jetzt etwa damit sagen da oben sind auch noch Kristalle ha dass ich jetzt vielleicht einen vergessen habe aber wisst ihr was wenn ich jetzt wirklich einen Kristall nicht gefunden habe dann scheiße ich drauf weil der kann ja nun wirklich ohne Witz überall sein lol oh scheiße das wäre jetzt gar nicht gut aha mit dem Blatt soll ich bis nach da hinten kommen alles klar alles klar oh ich habe es geschafft und die Belohnung dafür ist ein Kristall also das ist sogar der 50. hallo kannst du mir mal mitnehmen Energiekapazität liegt bei 50% ich weiß ist ja gar nicht mal so schlecht dass ich runtergefallen bin aber irgendwie möchte ich sterben bei da nach oben zu kommen nein danke da ist der sicherste Weg doch der Tod ich lande jetzt genau auf den Kaktus passt auf schöner Tod oh Gott stellt euch mal vor stellt euch mal vor das wärt ihr jetzt gerade gewesen alter alter das ist schmerzhaft und zwar sehr das tut sogar mir gerade so ein bisschen weh so da nach oben sollen wir jetzt also ach so ich habe keine Pflanze hui 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 nicht schon wieder Selbstmord hier langsam reicht es mir mit Selbstmord wir nehmen jetzt mal die Pflanze hier so ja ja ich weiß du freust dich mein kleiner Bud Spencer ey da hinten sehe ich auch noch ein Kristall 51 okay komische Zahl ehrlich gesagt aber okay wen interessiert's den anscheinend er nicht bam oh Gott da ist echt noch ein Kristall krass und wie graziös ich an den Rand klatschen werde bam so komm jawohl okay ich mache jetzt mal hier kurz einen Cut und wir sehen uns dann oben bis sofort wow Mensch Spatt du bist ja ein richtiger Spawnheld okay gut ich glaube jetzt reicht es jetzt wird man wirklich mal noch oben oh nein ich habe ne Dings vergessen ich hoffe mal die letzten drei Stänge reichen Energie lad dich auf bitte ah das reicht ja locker guckt's euch an easy mit allen Blättern fast ne Quatsch das jetzt nicht aber trotzdem hatten wir es ja noch gut im Blick so jetzt werden wir die Ranke nach oben gehen dumm 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 é du sollst keine Vorwärtsrollen machen du sollst lauhen L-A-U-F-E-N O-O-N-O-X O-O-N-O-X Onox, wer kennt die nicht? Oder Onox Okay, ich nehme jetzt das Blatt hier, ganz im Ernst Das geht mir auf den Sack Moment, Moment Ach, da nicht Gut, auch nicht schlimm So Die nächste ist da oben Da, aber da komme ich irgendwie nur hin Von der da Oder, Alter, es ist schon Ich meine, ne, guckt euch das mal an Oh, ja, nur die Ranke, auf jeden Fall Nein, eigentlich nicht Aber das ist schon echt groß hier Das Spiel, ja Das ist schon nicht ohne Jetzt, ach nein, wirklich, jetzt muss ich da wirklich so hoch latschen Oh, Mann Da ist auch noch was Also, Grow Home Moment, ich muss mal kurz die Naht Grow Home kann man echt so als Wochenrückblick benutzen Ganz im Ernst Weil es passiert nichts Es ist stinkend langweilig wahrscheinlich auch teilweise Jetzt, geh da hoch So Ach ja, hört mal Meine Nase ist übrigens nicht mehr verstopft, ja In der letzten Folge war das ja ganz, ganz schlimm Aber okay, nach zwei Wochen ändert sich auch so einiges Und ich versuche jetzt mal darauf zu achten Weil ich hab's mal angehört Mit den Schnupfen Und das ist schon echt Hardcore Widerwärtig, ja Also ich versuche Ab November Was ja dieser Monat jetzt hier ist Nicht mehr darauf Ähm Ähm, also nicht mehr aufzunehmen Wenn ich Schnupfen habe What the Hi Ah, da ist ja lieber Wieder mein Freund Der Herr Truthahn Hi Truthahn Alter, kannst du auch mal gerade laufen? Truthahn Tschüss Du sollst jetzt verschwinden Mit dir Los du Penner Ah Nein Oh Gott Ich lebe noch Ey, da ist ein Blatt Das kommt ja wie gerufen Wee Mal gucken, wo ich lande Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Lol In der Luft Was für ein Reichtum an unterschiedlichen Pflanzen Das sieht echt schon gar nicht mal so Ungeil aus Das ist schon echt Krass Und überall Kristalle Das wird ein Spaß Meine Freunde Das wird echt ein Spaß Ich glaube Lol Wieso Wieso hält er sich nicht Hallo Wieso hat er sich nicht festgehalten? Natürlich verarschen Was Was für ein dummer Robot da doch Doch er ist Was er ist Sein soll Was Na, ihr wisst schon So, ich warte mal Bis mein Jetpack wieder voll ist Ach guck mal Ich hätte gar nicht warten müssen Ich hätte auch einfach Bam So Randa Lol Schon wieder Also Dieses Spiel Es regt mich auf Oh Gott Ja, das könnte noch echt Eine ganze ganze Weile Alter Eine ganze Weile dauern Bis wir alles haben Na, ganz im Ernst Kommt der eh nur jeden Sonntag Ich hab Zeit Ich hab keine anderen Enjoy Games Von daher Kann's mir auch eigentlich Latte sein So, jetzt werden wir aber erstmal Das obere Reichtum Uns anschauen Weil Ist einfach so Ja, das ist jetzt mein Grund Weil es einfach so ist Ne Einfach weil Wir mal was anderes sehen wollen Ah, da ist ein Checkpoint Das ist gut Aber falls ich wirklich runterfallen sollte Und ich werde das oft tun Will ich auch hier Neues Spornen Quasi Alter, ist das hoch Leute, bin ich jetzt tot? Hä? Wieso bin ich denn jetzt? Im Wasser stirbt der? Oh wow Jetzt wirklich? Jetzt wirklich? Ah, Pflanze Och Mann, ey Och nö Och Mann, ey Was ist das zum Kotzen? Dieses Spiel, ne Es regt mich Es regt mich einfach immer wieder auf Ich dachte mir heute Ha Eigentlich Will ich ja Teso aufnehmen Weil davon habe ich ja kaum noch Folgen Aber ich hab mir auch gedacht Sonntag kommt ja wieder ein Enjoy Game Äh, ne Enjoy Folge Von Grow Home Warum spiele ich jetzt nicht Grow Home einfach mal Spiele ich ja nur alle zwei Wochen mal Oder eine Woche Ja, alle zwei Wochen wäre jetzt schlimm Weil ich sonst keine Folgen mehr hätte Aber wisst ihr was? Ich weiß, warum ich es jetzt nicht mehr spielen will Ah Mann, ey, Freunde Dieser Weg, ne Ja, dieser Weg wird kein leichter sein Und er ist kein leichter Ich weiß Aber dass er jetzt so scheiße wird Das hätte ich jetzt nicht gedacht Da hängen auch überall Christen Boah, ey Okay, vergesst das mit Äh, mit Nächste Übernächste Folge Ich werde sagen Part 8 Sind wir fertig Ja, okay Part 8 ist vielleicht ein bisschen übertrieben Wenn wir es hier immer eine halbe Stunde machen Dann ist das ganz schön übertrieben Aber so Part 7 Auf jeden Fall, glaube ich Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich weiß ja nicht Ob danach dann noch was kommt Oder Ob dann wirklich Ende im Gelände ist Ich hab ja keine Ahnung Weißt du Den Greifhaken von Syndicate Aus Assassin's Creed Könnten die ruhig mal hier einplantieren Dann würde das Spiel sogar noch mehr Bock machen Weißt du Hier so an der Decke rumschwingen oder so Das wäre doch geil Klar, dann würde das Spiel nur drei bis vier Parts gehen Eigentlich nur drei wahrscheinlich Aber Es wäre lustig Aber in Assassin's Creed Ein Greifhaken einzubauen Ich weiß nicht Viele schreiben ja Also viele sagen ja wirklich darüber sogar Dass es gut wäre Weil das dazu passt Aber ich sehe Assassin's Creed Syndicate immer noch als ein Assassin's Creed Und nicht als ein Reboot Als ein sonstiges Ja Also von daher Finde ich Dass es nicht passt Ist halt nur meine Meinung Was bist du denn da? Ich höre nichts Aber ich sehe was Was ist ein Stier? Hi Alter, wollen die mich verarschen? Okay, der sieht mich nicht mehr Ja, Kumpel Äh Mann, könntest du auch einmal den Kristall nehmen? Nimm doch mal den scheiß Kristall Oh, wirklich, ey Ach, dieses Spiel Mein Nacken tut so doll weh Oh, die Battlefield-Version ist installiert Interessant Das ist sogar sehr interessant Für mich jedenfalls So, wo komme ich denn jetzt? Hier war doch noch irgendein Ding Hi Wow, der ist ja richtig schnell Warte mal Was ist denn hier eigentlich Wenn ich jetzt hier runterspringen Oh Gott Oh, wie cool Geil Gleitblatt? Ein getrocknetes Federblatt Das eine ungewöhnliche Aerodynamik aufweist Kann ich damit dann nach oben fliegen? Loll Ich kann fliegen Wie geil ist das denn? Oh Fuck, fuck, fuck Na ja, so halb Wie ist das Blatt? Scheiße Tut mir leid Aber das Blatt ist kacke Kaktus Oder auch nicht Schade Oh, habt ihr das gerade gelesen? Von unserer guten Mom Ich habe eine GIF-Animation gemacht Ihr wisst ja wahrscheinlich, was eine GIF-Animation ist Äh, Bilder, die sich halt bewegen Ähm Von dir gemacht Wie du runterfällst Und aufprallst Das ist wirklich lustig Alter Und das soll unsere Mutter sein? Wow Was eine Mutter Das sagt sie auch immer jedes Mal zu mir, weißt du? Sohn Ich bin stolz auf dich Wenn du auf die Fresse fliegst Oder auf die Fresse bekommst Mensch Das sieht immer so lustig aus Das muss ich gleich ins Internet stellen Ja Also wenn das meine Mutter wäre Dann wäre ich schockiert Dann war es nur des Wortes wahrscheinlich sogar Oh, warte Daran müssen wir unbedingt Okay, kommen wir nicht Kommen wir nicht Ne, nicht so Zurück 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 Oh Gott Ja, wir müssen weiter nach oben War mal wieder Oh Mann, ey Dieses dumme Gleitblatt Ich dachte kurzzeitig Wir können dann nach oben so fliegen Wisst ihr? Äh, das Spiel ist sich auch echt nichts zu schade Also ich weiß glaube ich schon Wie ich den Part nennen werde Entweder nur Selbstmordroboter Oder Keine Ahnung Das zweite fiel mir gerade Eigentlich einen Aber ich habe es gerade wieder vergessen So Krass denke ich über die Namen nach Ja Dass ich es gleich vom ersten Bis zum nächsten Moment wieder vergesse Oh, ist das so ein Kotzen Da oben ist auch noch ein Kristall Ja, wunderbar Wunderbar Ach, das Spiel kann mich eigentlich mal Ich habe schon Xeodrifter nicht bändet Ich weiß, aber Rehome ist wirklich so Das macht zwar Spaß Aber ich will es auch durchspielen Es ist ja fast schon wie eine Qual Das durchzuspielen Und ein Let's Play sollte eigentlich keine Qual sein Nur macht das hier auf Dauer Irgendwann nicht so wirklich mehr Bock Ah, ich probiere durchzuhalten, meine Leute Ja, ich probiere durchzuhalten Wo muss ich denn mal lang Ich mache mal jetzt eine kleine Jump-Passage Oh Gott Wieso springt der denn auf einmal so komisch hoch Na, jetzt macht das zum Beispiel nicht Das ist ja wirklich lustiger, ey Okay Okay, Jetpack, rette mich Okay Sind wir wieder in der gleichen Höhle Der Stiel ist weg Ah, ne, da ist er ja noch Guck einer an Bleib mal ruhig, Gonzu, ey Ich mach doch gar nichts Ich bin doch lieb Ich bin doch lieb Und tschüss Oh-oh, 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 oh-oh 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 Äh Nein Halt dich da fest Alter, ich dachte gerade, jetzt ist mein Ende wieder Oh, war das knapp Oh, da sind so viele Kristalle Mann, leck mich am Arsch, geht er nach oben So Ich würde jetzt aber Was war das denn gerade wieder für ein Dance Aber schaut mal, wo wir sind Wir sind jetzt da, da, da Also es ist nicht mehr viel Um ehrlich zu sein Es ist nicht mehr viel Und das ist gut Ich hoffe, wir werden so in den nächsten drei Parts fertig werden Ich glaube es zwar nicht, weil hier gibt es wirklich viele Kristalle Und sobald ich alle 100 habe Und es vielleicht noch welche überdrüssig gibt Hau ich ab Gut Bis zum nächsten Part von Let's Enjoy Entschuldigung Let's Enjoy Grow Home Part 4 dann Wenn ich mir, glaube ich, mal ein Thema aussuche, oder? Mal schauen Ich muss gucken Haut rein Oh Mein Headset ist komisch gerade gewesen Egal Haut rein Und bis zum nächsten Part Ciao